Das ist eigentlich grün, oder? Ja, mit dem Roto ist schon klar. Der schmeißt es. Der schmeißt es. Der schmeißt es. Und jetzt? Eine Minute dreißig. Ja, ich soll den Kanzin betreten, oder? Ja, gerne, gerne, gerne. Ja, gerne, gerne, gerne. Ja, gerne, gerne. Ja, gerne. Ja, gerne. Da oben! Da oben! Da oben! Da kommt eine Verrachtung, wo die drei jetzt stehen oder fahren Sie los? Ja. Klar! Vierer! Das ist der optimale Fertigende. Hier kann ich die 3, die kommt über die direkte Internet. Das ist ein Kackebilder, das ist von der Ecke, da hat es schon wieder. Der Karte ist auch nicht mehr weg. Das ist auch nicht mehr weg. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke, Leute, dass du da bist. Das ist jetzt aber noch beschissener, legt es nicht ausgefallen, oder? Die Mascher, die Mascher sind ganz einfach ausgeliefert werden, oder? Aber, dass die Mascher ist, die Mascher sind, die Mascher sind. Das ist jetzt so wichtig. Das ist jetzt so wichtig. Ist das? Schau, ich schaue, ich schaue, ich schaue. Da fehlt es eine Ponne, die Sponne. Ich pack es auch, wo ich hinbekomme. Die Probleme habe ich auch. Du bist gut oder? Du bist gut, aber es ist gut. Also, brav auch ein bisschen. Der Bua! Die Sparren von der Reihe in den Baumwälder gehen. Deine Papelle Die Sparren von der Reihe in die Bretagne, die die K làn Flagler von der einzige Folle und der erste Korre blev. Der Sparren von der Reihe in die Begriffe Amiternis Lass ihn mal beobachtet. Lass ihn mal beobachtet. Lass ihn mal beobachtet. Die Sparren von der Reihe in die Begriffe Amiternis Erwartung Erwartung Die Sparren von der Reihe in die Begriffe und die Begriffe Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Nein, nein, nein. Der kann wenigstens wenden. Ja, der hat ja nicht so viel Bock. Guck mal, wie es den Draht ausstellt. Das ist schon fast unterfällig. Das ist schon fast. Weiter, 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 weiter. Komm, auf, 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 auf! Jawohl! Du bist schuld. Gib Gas, gib Gas, gib Gas! Schade! Majacke! Siegerollt. Auch sehr gut. Sollte man bitte sagen, gib Gas! Ja, jetzt! Jetzt gib Gas! Jawohl! Und rum! Das war Janne damit steifeln. Oh! Ah! Kannst du den klauen, die passen auf die Kette oder auch? Ja? Also, ich dachte, du bist höchst zu kommen. Seid ja nicht. Das wäre das gleiche wie du. Kannst du mir lenken. Ja! 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 Genau so was du da rauskrieg, genau rechts. Genau rechts! Ja! Das ist halt link! Ja! Jetzt muss er jetzt lenken! Ja, jetzt muss er lenken! Ja! Ja, jetzt muss er lenken! Ja! 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 Wir haben, glaube ich, gleich ein nächster Trumpf in der Ländlinik. Nee, so ungeschickt habt ihr euch nicht angestellt. Weil ihr wusstet ja von der Grundidee, die wir es machen wollen, aber ihr kommt nicht. Und der gibt immer so viel Gas, dass er wieder so beschissen dasteht. So wie die Rede steht schon. Er lenkt oben, das brauchen wir einstecken. Er hat das selbe Problem, seine Hinterachse zieht rüber. Weil er mit seinem komischen Frontfänger da im Dreck bleibt. Aber jedes Mal, wenn er so viel Gas gibt, zieht er wieder rüber. So, dann gucken wir uns raus und durchs Ziehen. Die Idee hat er jetzt gerade auch. Die Idee hat er gerade auch. Funktioniert aber auch nicht besser. Ich glaube, der schickt den Sailor. Ich glaube, der schickt den Sailor. Das ist einfach nur mit dem Forderreifen. Das ist das. Aber so blöd hat er sonst hinterher ausbezogen. Ja, aber nicht ganz so schlimm. Ja. Weil bei unser Forderreifen ja trotzdem noch ein Aufkommen ist. Nein, aber einen Vorteil hat es Andi, wir sind ja die Langsamsten. Der wollte bei dir sein, nicht bei mir. Der schmeißt den jetzt auf unsere Seite. Ja und jetzt weiter, weiter zurück. Weiter zurück, so kannst du den Lenker. So langsam tut mir der Arm weh. Weiter zurück. Ja, das reicht jetzt. Sonst schmeißt du es. Bei ihm blockiert die Lenkung noch schlimmer, wie bei uns. Oh, ist das peinlich. Wenn ich, ne, aber der da drin, der schwitzt bestimmt gerade. Blut im Wasser. Also. Jetzt schmack vorbei, Kassestrumpf. Der rückt ja gar nicht mit links. Der kann mit Lenker. Ja, er hat noch einen Lenkungsdämpfer, der wohl auch noch entgegen arbeitet. Jetzt ein Stückchen vorgängig. Jetzt. Jetzt sag er wohl. Ja. Ja und jetzt geradeaus. Und dann schmeißt den man. Nein, 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 nein. Weißt du nicht. Ja. Andren. Ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja. Weißt du, wir können noch eine Oude Tilt machen, das ist ja, das ist ja, das ist ja. Ja, klar. Ja, das ist ja. Ja, geht weiter. Die Autos sind einfach zu lang, gell? Ja, verlängst du noch. Ja, verlängst du noch Leuchte wie mir. Ja, das passt. Ja, jetzt. Jetzt, Parkschluss. Jetzt hast du das selbe Problem wie ich. Weiter. Weiter. Ja, 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 weiter. Eine Los Al Shaos. Ja, weiter. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020